Chicago, mit einer Heim-Niederlage hat sich Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit seinem Team Chicago Vierer aus den Playoffs der nordamerikanischen MLS verabschiedet. Im K.O.-Spiel gegen die New York Red Bulls am Mittwoch, Ortszeit, unterlag Chicago vor heimischer Kulisse mit 0 zu 4, 0 zu 2. Für das Team aus Illinois ist nach der erstrunnten Niederlage die Saison damit beendet. Stürmer Bradley Vriegt-Phillips erzielte nach nur sieben Minuten die Führung der Gäste. Sacha Kliestan, 11, erhöhte kurz darauf auf 2 zu 0 für die Red Bulls. Nach dem Seitenwechsel waren es Daniel Royer, 70, und Gonzalo Varun, 87, die mit ihren Treffern den 4 zu 0 entstand markierten.